Dank meines Arbeitgebers ist Jobrad meine Mega-Mobilitätsoption. Nicht nur praktisch, stressfrei und gesund, sondern auch richtig easy. Deine Arbeitgeberin hat einen Leasing-Rahmenvertrag abgeschlossen. Du bekommst einen Link und registrierst dich bei Jobrad. Und dann suchst du dir deinen Traumrad bei über 6.500 FachhändlerInnen aus. Egal wo, egal welcher Radtyp, egal ob Stadtrad, Rinnrad oder Lastenrad, alles ist möglich. Einfach aussuchen und deine Arbeitgeberin über nimmt mit Jobrad den Rest. Unterzeichnen, Abschicken, Vorfreude genießen und dann... Fit bleiben, sparen und gleichzeitig klimaschonen. Eine echte Win-Win-Win-Situation. Und das Ganze auch noch extrem flexibel. Jobrad passt sich deinen Bedürfnissen an. Rundum sorglos mit Vollkaskoversicherung und Mobilitätsgarantie inklusive. Und der Hammer ist... Meine Arbeitgeberin kann die Leasing-Rate entweder vom Bruttogehalt abziehen und ich steuerliche Vorteile genießen. Oder ich bekomme das Jobrad als Gehaltsextra. Und der Hammer ist... Wenn meine Arbeitgeberin mitmacht, kann ich mir sogar ein weiteres Rad holen und alle auch privat nutzen. Ob im Hobby oder im Urlaub. Oder für einen Ausflug mit Freunden. Der Hammer ist... Keine Parkplatzsuche und weniger Stress. So kriege ich mehr auf die Kette. Das nenne ich Work-Bike-Badents. Durch die steuerlichen Vorteile easy bis zu 40% gegenüber einem Direktkauf sparen. Jobrad ist nachhaltiges Dienstrad-Leasing mit dem besten Kundenservice der Branche. Und am Ende der Laufzeit kann ich mein Rad übernehmen, mir ein neues Jobrad aussuchen oder sogar beides. Und habe somit eine Mobilitätsoption, die sich meinem Leben anpasst. Also keine Zeit verlieren, da wartet auf jeden ein Traumrad. Fahrradliebe verbindet! Nice! Mein neues Traumrad ist zur Abholung bereit. Ich glaube, ich bin verliest.